Proxy Star bietet mit der Dauerlichtleuchte Daylight 1750 eine starke Lichtquelle für Foto- und Videoaufnahmen. Mit kinderleichter Handhabung und einfachem Aufbau ist sie schnell einsatzbereit. Sie verfügt über sieben lichtstarke 50 Watt Tageslicht Spirallampen. Mit den drei Schaltgruppen lassen sich die sieben Leuchtenmittel stufenweise zuschalten. Die Lichtleistung kann so exakt den individuellen Anforderungen angepasst werden. Die Klappen richten das Licht und vermindern Streulicht. Der im Lieferumfang enthaltene Stoffdiffusor sorgt für ein weicheres Beleuchtungsergebnis. Das Proxy Star Daylight 1750 bietet ein unschlagbares Preis-Leistungs-Verhältnis und ist sowohl für den Einsteiger als auch für den Profi eine verlässliche Lichtquelle.